Moin, ich heiße Vicky Krebs, ich heiße Lötzübeuer und für alle Europäer und ich heiße Schauspielerin. Ich habe die Frau und ich heiße Lötzübeuer und ich heiße Lötzübeuer und ich heiße Lötzübeer. Ich habe eine Frau und ich heiße Lötzübeer und ich unterstütze, ich heiße Lötzübeer und ich heiße Lötzübeer und ich heiße Lötzübeer. Ich habe die erste Röne in den Filmen und Allemans. Sie ist erbäst 8 Jahre später im Publikum, in Phantom Thread mit Daniel Day-Lewis. Sie ist nommiert für die beste Röne-Lötzübeer. Für die Europäer ist, ich habe eine Frage gestellt. Leifte.